Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Unravel. Ja, ich bin mal gespannt, ob es jetzt klappt, so wie ich mir das vorstelle. Ich bin sie auf jeden Fall schon mal fest. So, direkt schon festgebunden, kann eigentlich nichts passieren. Ja, los. Okay, vielleicht wieder zurück. Hm. Ah, warte mal. Hallo? Wieso kann ich den jetzt nicht mehr zurückziehen? Oh, jetzt aber. Jetzt müsste es klappen. Jawohl. Einmal eindrehen und hui, weiter. Und wieder weiter. Oh mein Gott. Hätte ich gar nicht eindrehen brauchen. Hm. Na ja, gut zu wissen. Das ging aber sehr tief runter gerade. Oh, was hängt denn da oben? Eine Plastiktüte. Mhm. Oh Gott, jetzt muss ich wieder... Oh Gott. Oh Gott. Uh. Ich dachte, ich muss sie wieder steuern. Das geht einfach nur runter. Ich spinne. Uh. Oh, Halla. Oh, jetzt bin ich tot. Scheiße. Okay, ich weiß aber jetzt wie es geht. Einmal Deckung geben. Und wir sind schon fertig. Hui. Ein Spiel, das komplett ohne Synchronisation auskommt und trotzdem eine Geschichte erzählt. Und auch ohne Text, ne? Also so. Um die Geschichte halt zu erzählen. Die alte Frau hat auf jeden Fall die Kerze angelassen. Ist natürlich nicht ratsam. Ich habe allgemein ungerne Kerzen an. Ich finde zwar selber immer sehr schön, Kerzen flackern zu sehen, anzuhaben und all sowas. Aber ich habe sie ungern an, weil ich immer die Angst habe, dass ich sie nachher vergesse und dass ich dann irgendwie verbrenne oder so. Bergwanderung. Der Himmel ist hier irgendwie höher. Hier zählt ein Atemzug für 10. Wir können uns hier verlieren, aber wir sind niemals verloren, weil wir hier zuhause sind. Warte, eine Autopanne? Sah zumindest gerade so aus. Pilze. Ja. Da würde ich mich definitiv von fern halten. Und jemand hat seinen Schuh verloren und hat sich eine Plastiktüte drum gewickelt. Aber will den Kindern das nicht versauen und... Oh, schön. Bleibt trotzdem da. Ich liebe diese alten Telefone. Diesen Wahlscheiben, ey. Meine Oma hat das... Meine Oma hatte so eins noch. Die hat erst ganz, ganz spät ein neues gekauft. Also so ein modernes gekauft. Okay, das war jetzt nur zum Spielen anscheinend. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das Spiel jetzt hier noch geht. Ich will jetzt mal gucken, was ich da jetzt nochmal eben ausprobiere. Ach, jetzt hätte ich... Ja, guck mal, hier komme ich nicht mal hoch. Ich komme da aber auch nicht rein. Da oben sind aber auch noch Bilder. Okay. Entgleist. Ich glaube, ein oder zwei Bilder haben wir jetzt noch vor uns. Dann ist, glaube ich, Ende. Ich weiß natürlich nicht, in welcher Reihenfolge das geht. Ich mache jetzt einfach irgendwie so, ne? Ach, da kommt er ja. Er ist bereit. Ich finde das so putzig, wie er sich immer wieder umguckt, ne? Das ist richtig süß gemacht. Ich sage die ganze Zeit süß und schön und, oh. Ich finde das einfach nur knurbelig. Hat sich definitiv mal jemand Gedanken gemacht. Ja, ein junges Pärchen. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht aus wie zwei Frauen. Gut, finde ich auch schön. Das habe ich absolut nichts gegen. Ohne Schlange. Okay, wir können so rüber. Ich klettere erstmal wieder nach oben. Binde mal hier fest. Na, war Schlau, es festzubinden. Oh Gott. Das war so gut. Gut. Musik Oh, wie soll ich denn da hinkommen? Okay, mit einem Stückchen Holz. Ja, jetzt ist das Stückchen Holz weg. Boah. 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 Ne, bringt nichts. Hmm. Hmm. Ich glaube... Ja, das klappt so nicht, weil ich das hier festgebunden habe. Oh, das sind zwei Mädels. Ach, wie süß. Unser kleiner Speicherpunkt. Okay, ich brauche anscheinend sehr viel Band. Oh, holla. Oh. Ich schwitze auch. Das war ja mal eine wilde Fahrt. Oh. Oh. Oh, ich bin tot. Gut. Muss ich das echt abpassen, oder? Hm. Ich würde gerne nach da oben kommen, aber auch da oben komme ich nicht mehr. Nein. Nein. Ah, scheiße. Oh. Gott sei Dank. Und jetzt muss ich da drauf? Wow. Das schaffe ich doch niemals. Wie soll das denn gehen? Ja, das klappt nicht. Oh, holla. Nein. Nein. Ach, fuck, ey. Okay. Konzentration, bitte. Hm. Ach, mein Gott. Ich muss springen, wenn das Ding hochkommt. Ach, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Ach, das ist schon langsam nicht mehr lustig. Okay. Die Melodie macht mich auch die ganze Zeit wahnsinnig. Nein. Nein. Ja, 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 ja. Oh, jetzt bitte nicht runterfallen, ey. Moment mal. Ich brauche das bestimmt. Ja. 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 Ich weiß, wofür ich es brauche. Wie geil ist das denn bitte? Nee, das muss... Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Hm. Hm. Mein Gott. Das passt so nicht. Ja, so. Genau so. Nein, 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 nein. Komm rauf. Genau. So ist super. Oh mein Gott, nein, er friert und er fürchtet sich. Guck mal. Oh, das ist ganz düster für ihn. Mmh. Wie ist das? Ja? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Oh, nee. Okay, weiter drücken. Oh, wie können wir das denn sonst? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So kann ich das machen. Jetzt will er wieder nicht. Warum nicht? Warum will er denn jetzt nicht? Hm. Wieso will er jetzt nicht? Ja. Los. Ich verstehe nicht, warum er jetzt nicht mehr will. Ja, so komme ich nicht hoch. Nichts vielleicht daran. Ja. So, jetzt kann ich so hoch schwingen. Genau. Okay. Okay. Hier dran. So war das genau. Hier hoch. Hallo? Ja. 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 Da hoch. Genau. Ja. 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 Ahhhh, ich bin gefährlich grade. Wir haben ner Erinnerung. Jetzt kriegen grade ganz viel Band. das hätte uns jetzt beinahe an unserem aufstieg gehindert gott sei dank er hätte ich hätte ich mich festhalten sollen aber was hätte ich das hätte ich tun müssen was hätte ich was muss ich tun ich bin ein bisschen was muss ich denn ich weiß nicht was ich tun soll okay leute ich muss aber schluss machen und sage tschüss bis zum nächsten mal